Na komm! Ja komm! Ah! Die Kamera sieht dich gar nicht, gell? Dabei bist du so süß! Da ist der Wufi! Da ist der Wufi! Der Wufi will gar nicht in die Kamera! Nein! Wufi kann ich auch nicht mehr herrufen, weil Wufi ist so taub! Ich habe heute irgendwie so einen richtigen Scheißtag gehabt, ehrlich gesagt irgendwie. Es waren noch nicht mehr irgendwie jetzt so richtig schlimme Sachen, aber so kleine nervige Sachen den ganzen Tag. Ich habe heute Morgen schon verschlafen, aber nicht so sehr, dass man halt so richtig zu spät kommt, sondern nur, dass man halt richtig sich abhetzt und dann irgendwie die Hälfte seiner Sachen zu Hause vergisst, irgendwie so. Und dann hatte ich irgendwie den Rest vom Tag total schnell. Also ich hatte relativ viel Kopfweh irgendwie den Tag über. Und als ich wieder nach Hause wollte, ist der Bus ausgefallen, mit dem ich fahren wollte. Und dann hätte ich eine Stunde warten müssen. Da hat mich mein Papa abgeholt. Das war sehr lieb von ihm. Weil es ist so, man braucht mit dem Auto nicht lange, vielleicht irgendwie so 10 Minuten oder so. Aber halt zu Fuß bräuchte man da richtig lange einfach auch vom Weg her, den man dann nehmen könnte. Jedenfalls, ja, dieser Bus ist nicht gekommen. Und dann war ich so, oh, mein armer Papa ist mich jetzt abholen gekommen. Vielen Dank. Aber halt so, warum ist dieser Bus nicht gekommen? Und dann war ich beim Optiker und die haben vergessen, meine Kontaktlinsen für mich zu bestellen, obwohl ich die extra dafür nochmal angerufen hatte. Und jetzt bin ich nächste Woche die ganze Zeit Brillenträger. Ja, da war ich sehr empört. Und heute Mittag gab es in der Cafeteria nichts, was mir geschmeckt hat. Also von den drei Gerichten, die es gab, ist immer eins vegetarisch und das war heute irgendwas mit Knödeln. Und Knödeln mag ich gar nicht. Und dann habe ich einen Salat gegessen und ich esse ohnehin... Also ich esse mal hin und wieder einen Salat, aber ich esse ihn lieber so als Beilage, nicht so als Hauptgericht irgendwie. Da ist Salat meistens nicht so meins, vor allem nicht so Cafeteria-Salat. Hab ich Salat gegessen? Ey! Und ich bin heute sehr in einer Jammerstimmung, wie ihr vielleicht merkt. Sehr in einer Jammerstimmung und ich gehe mir selbst sehr auf den Keks und das ist nicht, nicht ideal. Aber heute war meine Betreuerin wieder da, die war ja jetzt zwei Wochen in Urlaub. Es hat eigentlich ganz gut geklappt alleine. Wobei ich sagen muss, die erste Woche an sich hat gut geklappt. Das hat auch Spaß gemacht und so. Jetzt die zweite Woche war ziemlich schwer. Einfach weil wir viele schwierige Patienten hatten. Also zum Beispiel eine Frau, die komplett gar nicht sprechen kann. und die teilweise halt so mit Nicken und Kopfschütteln Antwort geben kann. Aber die halt teilweise einfach überhaupt nicht auf einen reagiert. Das heißt, man fragt sie etwas und sie reagiert gar nicht. Und ich glaube teilweise, weil sie nicht reagieren möchte und nicht weil sie nicht kann. Und das war irgendwie schwer und einige sehr tragische Fälle hatten wir irgendwie. Und das ist mein Onkel gerade reingefahren. Und da war ich halt irgendwann schon so in der Woche so, ich bin froh, wenn nächste Woche ich nicht mehr alleine damit bin, sondern jemanden fragen kann, wie man das macht, weil es halt echt nicht einfach war. Und dann, heute haben wir, was haben wir heute? Montag. Montag haben wir heute. Vorletzte Woche Freitag hat meine Mama die erste Chemotherapie bekommen. Und es war dann bei ihr so, die ersten zwei Tage waren ziemlich gut. Da hatte sie nur so, irgendwie hat sich so ein bisschen schwächer gefühlt als sonst. Aber es war sonst größtenteils okay. Die nächsten zwei Tage, also halt die ersten zwei Tage nach der Chemo war es okay. Und die nächsten zwei Tage waren nicht mehr so okay. Da hatte sie vor allem Kreislaufprobleme und die dann halt ziemlich stark. Und auch Chemotherapie und auch andere Therapien gegen Krebs rocken die Schleimhäute sehr aus. Und dadurch kriegen die Leute dann zum Beispiel Verletzungen im Mund und all das. Und sie hat halt jetzt auch eine Entzündung im Mund gehabt und so. Und halt jetzt nächsten Freitag kommt die nächste Chemotherapie. Es ist halt, ja, ich habe manchmal das Gefühl, es wird, gerade auch wenn man Filme sieht, wo Krebs drin vorkommt oder so, es wird häufig auch irgendwie sehr so verharmlost. Also so, ja, jemand hatte Krebs und ist jetzt durch Chemo gegangen. Dann war es halt so ein bisschen schwierig und dann war man wieder gesund. Und halt so, so merken wir, ist es halt nicht unbedingt. Und sie kriegt halt auch, das ist halt auch, das spielt noch mit da rein, sie kriegt eine ziemlich aggressive Chemo. Einfach weil es gibt sozusagen verschiedene Einstufungen von Krebs. Und es ist irgendwie G1, G2, G3. Ich glaube, G1 ist nur so ein bisschen auffällig. Und bei Krebs ist es ja so, dass sich die Zellen unkontrolliert viel teilen. Und dann gibt es diese Einteilung G3. Und da ist es schon so, dass die Zellorganellen innerhalb der Zellen sich so unkontrolliert viel teilen, dass die Zelle aufgeht. Dass die Zelle das gar nicht alles halten kann. Und das hat sie. Und dann kriegt man halt eine sehr aggressive Chemo gegen diese aggressive Form von Krebs. Meine Güte! Könnte meinen, es wäre Rush Hour. Boah, meine Güte! Vielleicht bin ich auch nur schon so schnell angenervt heute, dass ich bei jedem Auto denke, was tust du hier? Da wird man jetzt einfach sehen müssen, wie ich das halt schon mal gesagt habe, wirklich so einen Schritt nach dem anderen. Ja, so. Da muss man halt jetzt sehen, wie es weitergeht. Sonst beim Praktikum auch. Wie gesagt, die erste Woche war ganz gut. Da hatte ich, ich hatte eine Patientin, die wurde eher von den anderen Leuten da so ein bisschen als schwierig bezeichnet. Und die war bei mir am Anfang auch so ein bisschen schwierig. Aber am Ende konnte ich richtig gut mit der arbeiten irgendwie. So. Da musste man nur so ein bisschen sozusagen wie das Eis brechen. Und dann ging das auch irgendwann. Ich hatte auch eine Patientin, das war richtig krass. Die war so mega religiös. Also so richtig, richtig, richtig religiös. So, die hat auch zum Beispiel geglaubt, dass die Welt in sieben Tagen erschaffen wurde. Und so halt so, dass so die Sachen, die in der Bibel stehen, alle halt wirklich so genau so passiert sind. Und das war schon, boah, die war auf ihre Art schon sehr nett und irgendwie herzlich. Aber es war manchmal sehr, sehr schwer, den Zugang dazu zu finden. Weil bei allen Übungen, die man mit ihr gemacht hat, kam sie irgendwann an einen Punkt, wo sie eigentlich nur noch die Bibel zitiert hat und nicht mehr so ihre eigenen Gedanken und Gefühle irgendwie ausgedrückt hat. Und auch so, ich hatte das Gefühl, eigentlich hat sie total Angst vor dem, was passiert. Aber weil sie ja eigentlich gelernt hat, nachdem ich sterbe, passiert das und das und das. Und ich sollte das eigentlich wissen und ich sollte daran glauben. Es ist für mich eigentlich Blasphemie zu sagen, ich habe Angst, weil das würde ja heißen, ich vertraue Gott nicht. Und dann hat sie das sich selbst einfach überhaupt nicht zugestanden. Also konnte das überhaupt nicht irgendwie sagen, ja, ich habe Angst davor. Obwohl ich wirklich sagen würde, dass sie das schon gefühlt hat, also auch so von ihrer Mimik her und so. Aber sie konnte das sich selbst überhaupt nicht eingestehen und so. Das war richtig krass. Auch einfach, sie war halt auch so, keine Ahnung, hat mich immer gefragt, ja, Psychologie und Theologie, wie kann man das denn vereinen? Und irgendwie gehen sie dann in die Kirche und sind sie denn gläubig und irgendwie so lauter Sachen? Und es war halt so, also schon so ein bisschen unerwartet, also halt nicht schlimm oder so. Aber halt so, da war ich vom Studium nicht so wirklich darauf vorbereitet, was man in so Momenten macht. Und auch, sie sagt, sie betet für mich, was glaube ich so für sie schon ein Ausdruck von Zuneigung ist und auch irgendwie so von, du bist mir wichtig. Also von daher glaube ich, es ist von ihr kommend eher ein Kompliment, wenn sie für Leute betet. Aber halt andererseits, es war auch so ein, ich bete für dich, dass du auf den richtigen Weg findest. Und das war irgendwie so dieses so, den Weg, den will ich aber nicht irgendwie so. Und es war ein bisschen komisch irgendwie. Was halt allerdings auch bei der Patientin war, was ich schwieriger fand, als den Glauben an sich damit umzugehen. Weil diese Dinge sind halt für mich normalerweise so, ich lass denjenigen halt einfach in seinen Annahmen. Wenn er das, wenn niemand diese Meinung hat, dann bin ich dann niemand, der anfängt zu diskutieren oder so. Und ich sag dann auch nicht irgendwie so, glauben sie dann nicht an die Evolution oder so. Sondern es ist einfach für mich dann okay, das ist für denjenigen so fertig. Aber sie war in einer Gemeinde, beziehungsweise sie war evangelisch und ist dann aus der evangelischen Kirche ausgetreten, um in eine andere Kirche, die eigentlich auch von den Glaubensausrichtungen evangelisch ist einzutreten, die aber halt offiziell Homosexualität nicht als von Gott gewollt anerkennt, sondern halt sagt, das ist weiterhin Sünde. Und damit hatte ich wirklich Probleme, da irgendwie zu sagen, aha, für sie ist das also so. Sondern für mich war das halt wirklich so ein Nein. Und das merke ich immer mehr. Also bei den meisten Sachen, die Leute so als Einstellungen und Meinungen mitbringen, bei vielen Sachen fällt es mir sehr leicht, mich auf denjenigen einzustellen, auch wenn es nicht meine eigene Meinung ist. Aber es gibt so ein paar Sachen, da funktioniert es auch nicht so gut. Und das war eine davon. Oder auch ich hatte davor mal auch eine Patientin, die irgendwie so sich beschwert hat, dass so viele Ausländer im Krankenhaus arbeiten. Damit hatte ich auch Probleme. Das ist mir auch ganz schwer gefallen, da die Klappe zu halten. Also halt, es bringt in dem Moment ja auch nichts mehr, mit den Leuten zu diskutieren. Also halt, die sind meistens ältere Leute und die liegen im Sterben. Und das ist halt so, das klingt so blöd, aber halt so nach dem Motto, das ändert nichts mehr, ob man die jetzt überzeugt oder nicht. Aber es fällt mir trotzdem sehr schwer, weil ich dann, ich merke, dass ich dann wütend werde. Also halt gerade bei der Person, die das gesagt hat, so dieses, das Krankenhaus, da sind so viele Ausländer. Oder ich glaube, sie hat irgendwie gesagt, das Krankenhaus ist ein ausländischer Hand. Das sind Leute, sie sind komplett auf die Pflege von anderen Leuten angewiesen. Die brauchen andere Leute, um sich zu ernähren, ob sie jetzt irgendwie gefüttert werden müssen oder einfach nur nicht in der Lage sind, sich selbst irgendwie was zu kochen. Sie brauchen andere Leute, um was zu essen zu bekommen, für ihre Körperpflege, für ihre medizinische Versorgung. Und halt auch für so Sachen wie auf die Bettpfanne gebracht zu werden, zur Toilette gebracht zu werden, Winseln gewechselt zu bekommen, so diese ganzen Sachen. Wo ich auch denke so, wie kann das sein, dass wenn man so auf Hilfe von anderen Leuten angewiesen ist und es gibt Leute, die machen diese Hilfe. Also ich meine, klar, sie werden jetzt bezahlt, es ist ihr Beruf, aber die gehen halt wirklich hin und wechseln erwachsene Leuten die Pampers, wenn es sein muss. Und niemand macht das gerne. Also ich meine jetzt Krankenpfleger oder Pflegerin zu sein, das schon, aber es gibt Teile davon, ich meine, die haben auch immer noch einen Geruchssinn, auch wenn sie in der Pflege tätig sind und all das. Und manche Sachen sind auch für die nicht schön, obwohl sie es als Beruf haben. Und die machen das für die und die sind darauf angewiesen, dass man sich immer noch über so einen Scheiß beschweren kann. Das ist mir so unverständlich, wo ich wirklich dann auch mir eigentlich so auf die Zunge beißen muss und nicht zu sagen, oh, würden sie lieber von jemandem Deutschen die in den Arsch abgewischt bekommen, was soll das? Also so, oh, das fand ich richtig heftig. Das ist mir richtig schwer gefallen, die beiden Sachen. Aber was letzte Woche dafür sehr schön war, bei all den schwierigen Sachen war, ich war mit Hasilein Kaffee trinken. Und zwar, der hat letzte Woche seine letzten Prüfungen von seiner Ausbildung gemacht. Und dann kam er danach und hat mich von der Arbeit abgeholt. Und dann sind wir in eine Kaffeerösterei gegangen und haben da Kaffee getrunken und Kuchen gegessen. Und es war so lecker da, richtig lecker. Und das war voll cool, weil direkt gegenüber von dieser Kaffeerösterei war ein Wollgeschäft. Und ich liebe ja Stricken und Wolle. Und ich hatte gerade eine Jacke, an der ich ewig lange gesessen habe, hatte ich gerade fertig gestrickt. Und ich habe die euch auch mitgebracht, um sie euch zeigen zu können. Sie ist riesengroß, ja. Also sie hat so eine Kapuze. Könnt ihr das sehen? Das ist die Kapuze und die hat hier so einen flauschigen Teil. Und dann ist das. Das ist die Jacke. Genau. Und an der hatte ich ewig gesessen. Und dann war halt gegenüber so dieses Wollgeschäft. Und ich war so, oh, Hasi, ich muss gleich in das Wollgeschäft rein. Und dann waren wir da drin. Und halt die Verkäuferin war so ein bisschen unfreundlich. Nicht so direkt unfreundlich, aber so ein bisschen, dass man so merkt, so ne. Und die Wolle da war auch nicht so schön. Und dann meinte ich irgendwie zu Hasi. Also die Verkäuferin hat das nicht gehört, als ich das gesagt habe. Das wäre ja sehr unhöflich gewesen. Aber meinte ich so zu Hasi so, das Wollgeschäft in der anderen Stadt ist irgendwie viel cooler. Weil wir waren in einer Stadt und in der Nachbarstadt sozusagen gibt es ein Wollgeschäft. Das ist der Hammer. Das ist richtig toll. Die Leute, die da arbeiten, die wissen so viel von dem, was sie da machen. Und wenn man zum Beispiel da hingeht und möchte was stricken. Und diese Wolle, die dafür gebraucht wurde, die gibt es nicht mehr. Die ist aus dem Sortiment genommen worden. Dann wissen die direkt irgendwie, ah, das könnte man stattdessen nehmen. Und das kann man schön kombinieren. Und irgendwie das ist wärmer. Und das ist irgendwie leichter. Und irgendwie lauter so Sachen von Wolle. Richtig cool. Und die haben auch eine viel schönere Auswahl. Und Hasi war dann direkt irgendwie so, ja, dann lass uns doch da hinfahren. Und ich war wirklich so, du fährst jetzt noch mit mir in dein Wollgeschäft. Das ist voll toll. Und dann sind wir, äh, noch da rüber gefahren. Und er hat mir im Auto die komplette Storyline von, äh, Wagner, Der Ring. Das sind ja irgendwie mehrere Opern, die zusammen diese ganze Handlung davon geben. Irgendwie mit Reingold und Nibelungen und dem ganzen Krams. Und das war eigentlich richtig spannend. Ich mag Wagner nicht so von der Musik her. Das gefällt mir nicht so. Aber die Storyline war total spannend. Und vor allem, es war total ähnlich der Storyline von Herr der Ringe. Nur mit so viel Toten und so viel Inzest wie bei Game of Thrones. Und ich dachte, oh, okay. Und dann habe ich so schön eine neue Wolle bekommen. Ich zeig euch das mal. Ich bin nämlich jetzt im Pulli am Stricken. Und, hehehe. Wann war das letzte Woche? Donnerstag? Ja, letzte Woche Donnerstag. Jetzt haben wir Montag. Das habe ich gestrickt seitdem. Hehehe. Aber es ist noch Nadelstärke 8. Die Stricken, die wissen von euch auch. Das geht dann auch recht schnell. Und ich kann euch das mal zeigen. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Aber da sind so ganz kleine Perlietten so in der Wolle drin. Das sieht man von weiter weg gar nicht so. So sieht die ganz schlicht aus. Aber manchmal klitzert das so ganz leicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie gut es auf der Kamera aussieht. Aber so direkt sieht es total schön aus. Und es ist einfach total kuschelig. Und ja, ich bin mit dem Rückenteil fast fertig. Es ist ein langer Oversized Pulli. Deswegen ist das Ding so mega, mega lang. Man denkt irgendwie, strickst du einen Schaar? Und es ist so, nein, es ist ein Pullover. Und es sind zwei Wollknolle, mit denen man dann gleichzeitig strickt. Das ist hier einmal die Wolle. Die ist, habe ich gemerkt, auch hier in der Jacke drin. Und zwar da. Wenn es jemals so kalt wird, dass man diese beiden Sachen übereinander anziehen sollte, dann geht das. Und hier, das ist die Wolle mit den Perlietten drin. Ist das nicht total cool? Auch in diesem kupfernen und diesem hellen. Aber das wirkt halt in der Jacke oder in dem Pullover selbst dann viel dezenter. Weil es halt dann nicht so auf einem Dings ist, sondern halt immer nur ab und zu mal so. Also ihr könnt das sehen, hier ist eine Perliette. Da und dann kommt hier erst die nächste. Und im ganzen Teil dazwischen ist halt so einfach nur die Wolle selbst. Von daher so ein bisschen schlichter. Aber das war mega cool an letzter Woche. Und ja, jetzt bin ich froh, dass meine Betreuerin wieder da ist. Ich habe nächste Woche. Nächste Woche habe ich ein Gespräch mit der Schulleiterin der Schule, an der ich die Untersuchung für meine Bachelorarbeit machen möchte. Und das ist auch meine alte Schulleiterin. Oder meine ehemalige Schulleiterin wäre irgendwie besser zu sagen. Und war auch meine frühere Biolehrerin. Von daher, das ist interessant. Die mal wieder zu sehen und die Sachen zu besprechen. Da bin ich echt mal gespannt, wie das läuft. Ja, generell, wie das Gespräch wird. Relativ viel Ori and the Blind Forest im Moment. Wobei, macht euch auf Folgen gefasst, wo ich wirklich... Da war eine riesengroße Libelle gerade. Ich bin überhaupt nicht ablenkbar. Macht euch auf Folgen gefasst, wo ich unglaublich wahnsinnig werde. Weil ich habe gestern Abend einfach eine Stunde 16 aufgenommen. Und ich wollte gleich die Folge schneiden. Aber ich glaube, es wird so eine 20-Minuten-Folge. Vielleicht... Ja, ich fühle mich ein bisschen verzweifelt gegen Ende. Ja, aber es macht trotzdem super viel Spaß. Und sonst, ich bin immer noch in Gedanken sehr bei der 98-jährigen Frau, die ich auf der Palliativ begleitet habe. Irgendwie, die geht mir nicht aus dem Kopf. Die war so ein unglaublich toller Mensch. Also wirklich so, manchmal trifft man einfach auf Menschen, die schon irgendwie so eine Ausstrahlung haben, dass man irgendwie denkt so, boah, bist du toll. Das war bei der auch so. Und die war so neugierig, auch bis ins hohe Alter rein. Wollte immer genau wissen, wie alles funktioniert. Und war so wach und so gebildet und auch irgendwie so scharfsinnig in allem. Und irgendwie gleichzeitig halt... Ich hatte euch das ja in dem Waldspaziergang-Vlog gesagt. Und wenn die gelacht hat, hat so dieses ganze Gesicht bei ihr geleuchtet und so. Und ich hab dann, weil sie mir so gar nicht aus dem Kopf gegangen ist, ich war leider nicht dabei, als sie verstorben ist. Ich war kurz vorher bei ihr. Und da bin ich nur mal irgendwas kopieren gegangen oder so. Ich mein, ich hab da ja auch andere Sachen auch noch zu tun nebenher und so. Und es war auch ihr Sohn bei ihr und all das. Und halt in der Zeit, wo ich weg war, ist sie verstorben. Und halt, ja, an sie muss ich viel denken. Aber nicht so im traurigen Sinne. Ich mein, sie war ja auch schon echt alt. Sondern halt mehr wirklich so, dass ich... Ja, dass sie mir einfach sehr in Erinnerung bleibt. Dann hab ich was gemacht, was ich bestimmt schon seit einem Jahr nicht mehr gemacht hab. Und auch schon da hab ich nicht mehr viel gemacht oder so. Ich hab ein Gedicht geschrieben, was ich... Ich hab als Teenager manchmal Gedichte geschrieben. Und sie waren gar nicht, auch wenn ich sie heute lese, sie waren gar nicht alle so furchtbar schlecht. Aber... Genau, das hab ich gemacht einfach, weil ich so viel... Irgendwie so viele Gedanken an sie noch in meinem Kopf hatte. Und... Es war erst irgendwie so, dass ich das niemandem zeigen wollte. Weil das war irgendwie am Anfang nur so für mich. Und dann hab ich... Kam ich irgendwie über mein... Mit meinem Papa ins Gespräch. Und dann kamen wir irgendwie auch so... Da lachen ständig Leute. Da drüben ist ein Kindergarten. Und die Kindergärtnerin haben jetzt Feierabende. Deshalb lacht da ständig jemand. Und die unterhalten sich halt jetzt noch. Ich kam halt... Mit meinem Papa ins Gespräch auch über Leute, die irgendwie so was Besonderes haben. Und dann hab ich von ihr erzählt. Und dann hab ich ihm erzählt, ich hab ein Gedicht geschrieben. Möchtest du das mal hören? Und er war direkt so, ja. Lies mir das mal vor. Und... Dann hat's ihm sehr gut gefallen. Und deshalb irgendwie... Zeig ich euch das jetzt auch. Aber nur deshalb. Ich bin irgendwie unsicher, ob ich euch das wirklich zeigen will. Weil das so was unglaublich Persönliches ist. Und irgendwie so... Oh, ein YouTuber hat ein Gedicht geschrieben. Ich schwöre, es wird kein Song draus. In Ihren Wort. Ähm... Ja, aber... Der Name der Frau begann mit E. Und... Deshalb heißt das Gedicht auch Leben lernen von Frau E. Um das Gedicht zu verstehen, muss man auch wissen, sie hat Rachmaninoff sehr gemocht. Also die Musik von Rachmaninoff. Und sie hat gesagt, das ist die einzige neumodische Musik, mit der sie etwas anfangen kann. Und der Rest wäre für sie einfach nur Krach. Deswegen ist es im Gedicht mit drin. Also, wie gesagt, es heißt... Leben lernen von Frau E. Was ist noch wichtig, wenn nichts ewig wird? Wenn alles, was der Mensch erstrebt, ein Sandkorn ist im Wind. Selbst Rachmaninoff muss sterben, und auch ein Luftschloss ist Gefangener der Zeit. Und jedes Jetzt ist hier. Selbst alles Jetzt zwischen Geburt und Gehen ist nur ein Wimpernschlag der Ewigkeit. Was passiert mit der Zeit, die schon verging? Ich will nicht warten, will nicht ruhen, nicht vertrösten. Will nicht angstvoll werden im Getöse des Sturms aus ungelebtem Wenn. Trauer ist wohl nichts für Feiglinge. Und Birnen wachsen auch im nächsten Jahr. Regen fällt noch immer aus dem Himmel auf die Erde. Nur du? Du bist nicht mehr da.